Ja, hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Red Dead. Ja, wir waren ja gerade hier wirklich stehen geblieben. So, aber jetzt kommt's. Ich habe gerade schon diese Mission eigentlich geschafft und war eigentlich schon wortwörtlich zwei Missionen weiter. Aber dann ist diese verdammte Playstation stecken geblieben. Heißt, diese Playstation hatte einen Softwarefehler und somit wurde dieses Video gelöscht. Also musste ich jetzt auf Mission wiederholen gehen. Wir haben eine Feuer. Wir haben eine Feuer neben dem Ammo. Wir gehen! Wir gehen! Arthur, komm hier! Wir gehen hier! In hier. Fahne mich. Wir gehen. Wir gehen etwas auseinanders. Nein. Ich glaube, wir müssen uns das Wasser zurückziehen. Ich bin der Bedeutung. Hey, Joe! Komm schon. Das ist nicht so, was ich. Arthur Morgan? Charles? Das ist das? Schau mal die Schläge. Wir werden dich weg. Wir holen dich auf die Tafel, Arthur. Wir suchen die Körper. Ja. Also wie gesagt, ich habe gerade schon die Mission geschafft. Dann habe ich noch eine geschafft. Aber dann hat die Play sie einfach einen Softwarefehler gehabt. Und jetzt kann ich das natürlich alles normal machen. Weil das Video wurde leider nicht gespeichert. Mal sehen. Es hat mich schon gemacht. Ihr ist tot. Jetzt wird es gut. Wir werden auftetzen. Wir werden aufbauen. Watch euch. Wir sind am프. Ich werde das tun, wie du es machst. Schuss! 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 Watch out! There's some of the towers! Hey! That was a good one! You really think they're gonna walk you out of here? You're a dead man! More than the hammer! You're a dead man! This is where you die! I nearly hit me! Over here! One of the walls was broken when they took me in. I'm down! We must have fixed it! Arthur, deal with this, would you? Yes, but... how? Come on! Let's use this thing! We're through! Let's go! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on! This way! Come on! I hit some canoes down by the river! Yeah! Shit! We got company behind us! More of them coming from the road on the left! More of them coming from the road on the left! More of them coming from the road on the left! Ahead of us! Quick! Down this way! The canoes are close! The canoes are close! They're right on us, Arthur! Do something! You deal with them! I'll get the boats ready! You deal with them! I'll get the boats ready! Oh, thank you, Fred! That's it for me! I'll get on the road! There! This way! Let's get out of here! The way! Was ist das? Ich wünsche mir, dass ich mich nicht mehr als die Chance habe. Das ist für Sie, dass Sie die Person nicht mehr haben. Das ist wie Dutch Besscher. Wir brauchen die Power, die wir nicht mehr machen können. Aber, Dutch ist ein Moniker. Das ist ein Schmerz. Blast du weinig? Das ist einer von uns in. Ich glaube, das ist mein Plan. Das ist gerade so was von nervlich Weil ich die Mission schon gemacht habe Ich weiß nicht mehr Ah, nein, ich bin falsch, zwei mehr auf der Seite, nicht zu töten, wir können sie auf den Weg wegnehmen. Ich sehe nicht mehr davon, wir gehen nach dem Wasser. Ich glaube, wir haben sie geschlossen. Komm schon. Du bist okay, Arthur? Ja, ich bin bereit. Wie geht's dir? Ich werde gut in einem Tag oder so. Ich gehe schnell. Colonel Favors wird nicht sehr glücklich mit deinem Respekt. Ich glaube nicht. Ja, es wird viel mehr Probleme sein. Mein Vater. Ich glaube, er muss sich mit dem Kampf. Du wirst nicht gewinnen. Kein große Kampf, aber Tam. Wir müssen nicht alle einfach weg. Ich weiß nicht, warum. Und wo würde ich gehen? Ich weiß nicht. Ihr Freund, lass mich zurückgehen. Danke. 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 Das war's für heute. das ist sowas von nervlich leute und natürlich bin ich total total sauer ich wollte das ganze spieler schon weiter sind die ganzen videos löschen aber jetzt mache ich es doch nicht war ganz ehrlich die ganze mühe dann umsonst und leider muss ich jetzt wieder mal eine andere mission suchen die ich gemacht hatte zum glück waren es nur zwei mission und nicht vier oder fünf we need guns for what's coming cleat and joe know how to fight lucky i bumped into what is going on what is happening to us what's happening to you you show him some respect excuse me they try to kill my people for oil for oil today we ride once more ride with me ride with us ride with us against the factory i love your courage son it is a thing of great beauty stop my son my last son don't when i was your age i fought i saw death i have killed the men i knew were slain my first born your brother had his head smashed by a drunken soldier my wife had a throat slit i made peace i knew not to trust yet i had no choice maybe you were right maybe the slow death is worse than the fast one maybe none of these men are good maybe a world in which they came to us is a world that we cannot endure but endure we must do not die for pride my son we have suffered too much in this trick the earth the water they have no pride they endure and we must endure my only boy my precious boy do not mistake my strength for weakness as your chief i implore you your words mean nothing to me father don't run with me stop please stop please mr morgan after you help me after we spoke this is just a trap my son my people will all die you help this fellow arthur please what else you've been doing behind dutch's back what the wars are over we have lost these young men will be annihilated please i'll see what i can do um just who else who else will come with me oh i'll ride arthur who knows what other secrets i'll learn about who else i will and me me too oh and me i guess all right let's ride out what else have you been doing behind my i was trying to stop this mess from getting any worse that didn't work why the hell would they attack the oil fields what do you mean it's perfect this was your idea partly the army the government the industrialists they've taken everything from these people wouldn't you want to fight back you've handed them a death sentence just like john if we hadn't got him out of that prison hey show some god damn god damn plan dutch that's enough what's wrong with you all what happened to loyalty yeah what did thank you javier bill right now it doesn't matter how we got here these men need our help i have a plan this is the plan so either stick with me or cut loose because i am tired of this constant dissent long tired of it now come on who has to get out of it because his plans their plans went the whole time no of that a plan this was one of them are you all right son he needs help they all need help somebody help no go please hurry i'll be come on Yeehaw! Yeehaw! It's a massacre. We gotta help these men. Can anyone see eagle flies? There. Going across the walkway. You got what you wanted, Dutch. You coming, Arthur? I'm gonna try and save him. This fight is unwinnable. You go and distract them and let me get to him. Have it your way. The rest of you, ride with me. Let's meet up at the factory. Let's ride! Go with them. Try and help them, I'm better off alone. We're riding with you. Come on, then. Let's ride! Come on. I have to get you started. Let's ride! Off the horses. We need to get the eagle flies! Come on! Let's find an eagle flies! Look out! Come on! Der Regiment ist ein Schuss! Und weiter geht's hier. Und weiter geht's. Ich habe es mit dir. Arthur. Geh auf. Danke. All of you. Wir müssen gehen. Wo sind meine Mann? Wo sind meine Mann? Wir sehen ein paar Begriffe bei der Faktoren. Das ist wo die Dutch ist. Let's go, quick. Any Mann we see, wir müssen sie retten. Wir suchen die anderen. Wir müssen in der Faktoren befinden. Du wirst eine Begriffe. Du bist. Und weiter. Du bist. Wir sind zum Schluss. Das war's. Sie haben keine Chance. Sie haben keine Chance.